Jo Freunde, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Am Anfang mit einem kleinen Statement. Wenn ich noch einmal jemanden irgendwas mit Backgrounds schreiben sehe, flippt komplett aus und sperr die Person. Ich will dieses Wort nie wieder hören und ich werde dieses Spiel auch nie wieder spielen, okay? Digga, ich hab bei diesem Spiel mir wirklich in die Hosen geschissen, Alter. Das ist einfach zu krank. Aber ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video und folgt mir gerne auf Twitch. Link ist in der Bio und abonniert diesen Kanal, ihr wisst Bescheid. Haut rein. Achso, da oben steht Play. Okay. Achso, nee, ich muss es mir anschauen. Okay. Er ist runtergefallen und ist... Achso, ich war... Ah, okay. Ich bin Skateboard gefahren, bin runtergefallen und bin in den Backrooms gelandet. Geil. Okay, ich kann rennen und ich hab auch Ausdauer. Hallo, ist jemand da? So, was ist das? Ein Bild? Ah. Mein süßer Junge. Da war ein Schatten. Leute, das ist lustig. Alter, langsam hab ich Angst, ne? Oh, oh. Was ist da? Na, siehste, alles klar. Kann ich einfach vorlaufen? Hallo? Ah, okay, das ist nur ne Puppe. Okay. Okay, mehrere Puppen. Wir laufen einfach dran vorbei. Was war das? Einfach vorbeilaufen. Alles ist gut. Oha! Bist du hässlich, Mann! Holy shit, Mann! Was war das? Junge, was ist das für ein Spiel, Alter? Oh, ihr Kopf ist weg. Trotzdem smash. Oh, mein! Du heilige Scheiße, Mann! Wo bin ich hier? Oh, mein Gott, Alter! Oh, Mann! Aber wir sind angekommen am Ziel. Niemand da? Don't make a sound. It can hear you. Hallo? Soll ich nochmal pfeifen? Test. Penis! 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 Hallo! Komm doch her! Wenn du dich traust! Hey! Hey, wo bist du da? Komm her! Hey! Komm! Eins gegen eins! Was ich da jetzt durch? Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Was ist das? What the hell is that thing? Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Digga, was war das? Goddard, was war das? Liam? Anyone? I see you. Und scheiß siehst du. Horror-Spiel gelöst! I see you not! Ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha! So schaut er nicht mehr gruselig aus, Leute! Ha-ha-ha! Was ein Minikörper! Und? Ha-ha-ha! Oh, Mann, Alter! Ich bin leider am Ende da hin! Welcher Erdloser hat hier einen Penis gemalt? Schön! Schön! Ich bin am Arsch! Ich bin am Arsch! Hä? Ich bin am Arsch! Wie soll ich das machen? Wuhu! Ah! Irgendwo! Da ist die Tür! Kommt er da durch? Oh mein Gott! Ruhig sein, sonst kommt er. No! Ich hab aus der Sein gefissen! Mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was muss ich jetzt machen? Warum musst du leise sein, weil er mich hören kann? Oh nein! Die Dung, was ist das für ein Spiel, Mann? Sie können doch auch, wenn er dem scheißelt. Ich kann nicht mehr. Digga, ich opfer mich, komm her! Ich hab keinen Bock mehr. Was ist das, Digga? Was ist das? Weiter geht's. Wir gehen zurück. Oh, Digga, diese Türen, Mann, ich... Ich höre ihn. Ich höre ihn. Woher kommt das, Digga? Was war das? Was ist das? Was ist das? Habt ihr das gesehen? Okay, weiter geht's. Oh, Mann, was ist das? Scheiße, er hat mich gehört. Oh, Mann, was ist das? Oh, Mann, was ist das? Oh, Mann, was ist das? Was ist das? Was ist das? was tut ihr mir an alter wer hat mir das spiel empfohlen keiner hat ich habe selber gefunden junge wie dumm bin ich eigentlich auf die scheiße man kein book mehr bin ich alter ich habe nicht meine ahnung wo ich bin ich bin wieder am selben spiel das soll ich kann nicht so viel reden ich muss zu meiner mama ich will spiel bitte ich will fortnight ich will das nicht danke für die ganzen follows so der nächste fall hier ist ich schreibe das mal jemand in den chat 473 ich bin ich glaube ich lauf gerade wieder zurück doch hier ist ein fall scheiß drauf bruder da kommt von überall alter oh shh holy shit oh Das war's für heute. Oh, scheiße! Nein! Ach, ja, komm, nimm mich, Digga, hier, nimm, Alter, nimm! Digga, was war das für ein Spiel, Alter? Könnt ihr mir mal kurz erklären, was das für ein Spiel war? Ich kann das nicht mehr zocken, Junge, das ist zu heftig! Das ist zu heftig, Digga!